Das ist auch ein Stück. Er geht rein. Hinter dir. Was? Pass auf 10! Jawoll! Hast du dir eine Kill gemacht? Nein, Furkan. Furkan carried euch nicht so wie du, Yannis. Ja. Weil du hast echt nur ein Halbiko gold und Furkan musste wieder zwei Furikos wollen ohne Hitze bekommen. Furkan hat doch beide getätet, weil Furkan besser ist als du. Furkan wird von dir... Was? Der Bogen ist doch echt schlecht von dir. Was? Furkan uns doch alle. Der ist richtig besser als du. Mann, der hat doch echt alles. Was für ihr habt den CW verloren. Es ist 20. Ja, jetzt kommt ihr den Base-Death macht. Ja, jetzt werde ich jetzt verloren. Ist ihr überhaupt ein Base, Leute? Nein. Warum habt ihr überhaupt kein Base-Death? Weil Base ist 1. Furkan hat echt wieder Glück in dem Scheiß Spiel. Du musst treffen. Oh mein Gott. Du kannst dir so viel Glück in den Scheiß. Das ist wirklich nicht normal. Ach, du brauchst nicht gar nicht mehr in den EC. Cool. Jetzt fängt der nichts an. Sehr kaputt ist der Ante. So, ich hab jetzt einen neuen. Hey Chris, wirklich. Du spielst dir auf... Ach nee, Digga. Kann ich nicht, ich werde 1 ist genau. Ja, ich muss halt hochgehen während des M3. Ja, ich kann eine Lust aufmachen. Oh mein Gott, Alter. Chris, also... Da muss den jetzt einfach gleich raufgehen, Chris. Chris, tötet ihn oder rennt. Tötet ihn oder rennt. Wenn du das verkacken, das... Nein, der lebt. Ich denke, die machen jetzt erstmal Schafe. Schön, das wird's geläppelt. Er hat überlebt. Hä, ane ist ein zweiter. Ja, das sind 3 Miro. Ja, mach doch jetzt. Wir 13er. Ja, aber wir haben keine... Ich hab keine C dabei. Hier. Ich hab noch eine. Wo bist du? Äh, ich mach mir eine. Ich dropp mir die. Ich dropp mir die. Ich bin da... Er wird nur auf Stick gehen. Micha, was für Troll nicht? Du hast Comet reingetrollt. Ja, er hat mich nur gestickt. Ja, und jetzt? Okay. Äh, steh, ich starten. Ah, da als ich unten war vor dem One-Stick da. Aber ich weiß es nicht. Ich hab's gesehen. Oh, das ist ja alles voll. Ihr müsst die erste, die gesagt... ...zubauen, hä? Ja, ich versteh die ganze Zeit in den häblingen Bildern. Und natürlich, ich muss neu starten. Also, ich hab... Guck mal, guck mal, wer ist er noch begann, bitte. Warte, ich will mal gleich sein noch weg... äh, hier zeigen. Finn, bist du grad aufs Becken? Ich hab doch grad gesagt, ich muss neu starten. Arigatoor. Ich hab dein Bogen. Ich wollte eigentlich meinen... Ne, den Typ da, der hat 3 HLs noch kassiert. Ja, 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 ich hab... Der Bedefad am Anfang... Der Bedefad am Anfang... Nein, ich hätt's auch so nicht gehabt, aber der Bedefad am Anfang gezögert. Der ist einer kurz weggegangen, ist aber direkt wieder hingegangen. Hier liegt 3 Gold.